So, willkommen zurück zum nächsten Part, Papers, Please. Äh, ja, der Stream ist etwas verfrüht, weil ich gestern vergessen habe, ein Video hochzuladen, weswegen heute zwei kommen und dann hatten wir noch einen Part zu viel aufgenommen, der eigentlich dann auch heute kommen sollte, aber weil ich nicht drei Part heute bringen will, kommen der morgen. Dörp. Und, genau. Und deswegen nehmen wir heute auch nur eineinhalb Stunden auf. Oh. Natürlich wieder mit Rompe, ist klar, ne? Was? Wer? Wo? Ah! Ah! Hi. Oh Gott, ich will nicht mehr steuern. Ich muss mich noch an das neue Mikrofon gewöhnen, ich denke, ihr auch. Man hört mich mal. Ist ja gar nicht so selbstverständlich. Das macht mir gerade Angst, was mein Papers, Please, mir sagt. 30 Credits for Family Members. Ja. Man kann Familienmitglieder verlieren, oder was soll das bedeuten? Was? Nein, was? Vier Familienmitglieder. Ja, aber warum steht das da? Ja, natürlich kannst du die verlieren, wenn die krank werden können, können die auch sterben. Ah, cool. Du kannst aber auch mehr bekommen. Aber dazu später mehr. Vielleicht auch heute, in diesem Part, wer weiß. Tag 21, 7. Dezember 1982, 80 Credits, vier Family Members, zwei Tokens, Apartment 7. So, ähm, um euch auf den neuesten Stand zu bringen, die jetzt den Stream mitverfolgen. Wir helfen dieser Etsig-Bewegung. Ähm, ja. Und ja, das, das, das ist so das, was ihr wissen müsst. Das, das wir denen helfen. So, come to work. Das stimmt schon mal. Da seh ich aber schon. Minus TV off, what the fuck? Äh, und, äh, Rompe. Ja? Vielleicht bisschen weniger über deinen Spielverlauf erzählen, weil das hat Rico, glaub ich, ziemlich verwirrt. Also, wenn ich irgendwas sage, was nicht zu Cat passt, dann erzähl ich von meinem. Achso, ich könnte sie auch einfach detainen. Erster, äh, Mensch, der hier reinkommt, direkt, äh, gefälschte Papiere. Absolut Imba. Ja, natürlich, ja. 1,62 groß soll's sein. Okay, das lass ich dir jetzt mal durchgehen. Matching, ja, bei mir auch. Ähm. Du sollst weiblich sein. Glorian. In Antegria. Ja, okay. Okay. Also, soweit gültig. Ich hoffe, man hört mich nicht allzu sehr schmatzen. Mh, kann ich jetzt schlecht beurteilen. Die WK... ...bild sieht gut aus. Ich hab nix zu meckern, eigentlich. Ich hab nix zu meckern, eigentlich. Ich hab nix zu meckern, eigentlich. Tschüss. Dann war wohl alles in Ordnung. Import. Inkyo. 74 Kilo, männlich. 1,69 groß. Oh. Ich find eigentlich die Verbesserung des Inspizierens per Doppelklick gar nicht so. Oh, eine krasse Verbesserung, weil wenn du es wieder weghaben möchtest, musst du eh die Leertaste drücken. Okay. Mullins und Christuf und Christuf. Alles gültig. Visiting for 8 weeks. Ja. Bei mir wurde gerade jemand niedergeschlagen. Das passiert bei mir ständig. Jetzt lege ich meine Schokolade aber zur Seite. Es reicht. Es reicht mit der Schokolade. Nicht, dass du noch fett wirst. Dafür habe ich einfach die falschen Gene. Michael muss entzett... was? Getzy. Männlich. Chorista City. Rülps. Rülps. Manufacturing. Er bettelt um den roten Stempel. Weil er dann einen besseren Job kriegt. Und ich krieg 10 Credits. Ja, ja. Das stört mich jetzt wenig. Du siehst nicht aus wie ein gesuchter Verbrecher. Das ist schon mal gut. Wo ist deine Brille? Das ist schon mal eine Brille. 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 Nur weil er keine Brille trägt, muss ich Fingerabdrücke nehmen. Really. Matching Data. Natali Katlowska. Natali Katlowska. Äh... Haihan in Impor liegt... Haihan in Impor? Haihan liegt in Impor. Visiting for 2 weeks. Ja. Ach da. Dein ID Supplement. Supple. 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 Subzeug da. Ich muss mich erstmal wieder einspielen. Voll grausam. Ach Junge. Entry Permission. Hallo? Hihan. 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 Weil er nicht die passenden Papiere hatte. Achso. Und jetzt kriegt er aufs Maul. Nicht mein Problem. Nein, das sind hier bleiben. Dankeschön. Oh, gib der mir auch seine Uhr. Hat ihn keiner drum gebeten. Republia. Ich weiß, da ist ein Key. Ein Reiter auf der einen Seite. 78 Kilo männlich. 1,79. Perfect Vision. Naja, das ist Ansichtssache. Les Renadi. Les Renadi. Nummer stimmt. Transit 14 Days. Sech Matching Data, okay. Pietro. Slusshoffik. Slusshoffik. Ich kann kein Problem mit ihm feststellen. Papiere sind vollständig. Er hat sein ID Supplement. Und so irgendwas anderes. Assignment Seekers must have a grant. Whatever. Ne? Was? Invalid Expiration Date. Was? Ach, auf seinem ID Supplement. Ne. Was ist das denn? Nein, ich habe erst acht Leute. Oh, immer diese Terroristen. Ich kann meine Familie nicht schon wieder hungern lassen. Ne. Boah. Boah. Oh, ich kann meine nicht so adoptieren. Ich mache das mal. Nicht adoptieren, okay. Ja. Ja. Ja, die Schwester, glaube ich. Ja. Ihr Sister have been arrested. Ach Gott. Das kostet sogar noch was. Ach, Kollege, ich habe Feierabend. Beeil dich los. 14. Dezember. Oh. Oh, der Typ kommt jetzt unten. Weg damit. Ja. Okay. Ja. Okay. Okay. Er hat in Kolegia gekämpft und so. Schön für ihn. Das, das erfreut mich nicht. Passing through. Ja. Ja. Leber, äh. Obris-Tanier. Passing through. Wo ist dein ID Supplement? Ich gände dein ID Supplement. I never got one. Und tschüss. Ich nehme das auch noch mit. Tschüss, tschüss. Next. Was haben wir hier? Also. Okay. da scheint alle wichtigen Sachen zu haben. Das heißt, wir gehen mal auf die Map. Antegria. Sant Marmero. Das stimmt schon mal. Balding, 98 Kilo, männlich, 175 cm. 18.12. Hast du ein Verbrecher? Nein. Exal Malkolm. Work. I remain forever. Ich denke nicht. Two months. Ja, meistens ist ja nur die eine Sache falsch. Da. Nimm. Ich sollte aufpassen, wo ich den Work pass. Was? In made name? Ich hab den Namen nachgeguckt. Ach, er. Dann werden wir endlich mal unseren Scheiß los, den wir hier haben. Das ist wohl das... egal. Das muss hier in die Ecke. Da. Ah, toll. Nein. Hast du dein Zeug wieder? Denke ich kann dich einfach reinlassen, oder? Nein. Hey, what did you do? Me, what did I do? What did I do? Ja, sag mir, was ich getan hab. Du siehst komisch aus. Singleton. Carly Lambert. Äh, was kann man denn machen, wenn er, äh, wenn er nicht gesagt hat, wie lange er bleibt und was er macht? Wenn das gar nicht gesagt hat. Ja. Ähm, kann es sein, dass du gerade bei Georgi bist? Georgi. Ja, Georgi. Georgi sagt das einfach nicht. Das ist egal. Wenn Georgi es einem nicht sagen möchte, dann ist das egal. Georgi hat meistens eh immer irgendwas verbrochen. Achte mal auf sein Körpergewicht. Einshaft. Ja, Georgi macht normalerweise immer Scheißdreck, aber manchmal muss man ihn auch durchlassen. Das ist... Lass ihn durch, wenn er dir dafür Geld gibt. 382 Kilo, 1,68. Männlich. Bild stimmt nur ein. Die Mund dann alles gut aus. Visiting three months. Das stimmt alles. Aleksandr Dimchiko. Ja. Ich hab mir Geld. Okay. Was soll ich da meckern? Alles okay damit, glaube ich. Ah. Georgi. Hallo mein Freund. Oh Pristan. Oh Skull. Immer noch. Du wiegst irgendwie ein bisschen viel heute. Haben wir wieder zu viel gegessen? Maybe things get too sexy in here. Ja. Ach Georgi. Georgi, Georgi. Wann lernst du es? Wann war Georgi. Ja. Ja. Ich sollte vielleicht auch mal... Ah! Das Treffen, was ich anklicken möchte. Looks like Gustav, right? Tschüss. Guten Morgen. Ich brauch deine zehn Credits nicht. Ich krieg fünf, wenn ich dich einknaste. Eigentlich genau genommen. Zweieinhalb. Next. Ich warte noch auf den Tag, an dem Georgi rechts auf dieser Liste steht von den drei meistgesuchten Verbrechern. Okay. Okay. Oh Pristan. Lorndatz. Das stimmt schon mal. 67 Kilo. Männlich. 1,84. Oh bei Gott. Was ist mit deiner Körpergröße passiert? Bist du zu heiß gewaschen worden oder was? It's a natural difference. Oh keine zwanzig Zentimeter. Zwanzig Zentimeter. Zwanzig Zentimeter. Zwanzig Zentimeter. Detain.